Und was ist das Besondere an der Online-Akademie? Dass man nicht alleingelassen wird, sondern Teil einer Community ist, von der man sich inspirieren lassen kann. Zusätzlich geben Experten echte Einblicke in ihre Berufsfelder und stehen bei Fragen live zur Verfügung. Wer mitmachen möchte, kann sich auf der Seite von IT Fitness gleich registrieren.